Hallo Max, du kannst am Wochenende auch nicht, aber Mist, jetzt haben alle abgesackt. Danke, ciao. Hey Ruben, was ist los? Du siehst so traurig aus. Ja, ich ziehe am Wochenende um und jetzt haben mir kurzfristig alle Helfer abgesackt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Das ist doch gar kein Problem. Kennst du nicht die neue App TISMO, Time is Money, eine Vermittlungsplattform für Alltagsdienstleistungen? Ne, sagt mir gar nichts. Wie funktioniert das? Ganz einfach und smart. App runterladen, deinen Umzug einstellen und warten, dass ihn jemand übernehmen will. Das heißt, ich kann jetzt reinstellen, für 90 Euro brauche ich 5 Stunden Arbeitshilfe und mehr nicht? Genau, einfach reinstellen. Wir legen den Auftrag mal an und warten, ob sich einer bewirbt. Gut. Guck mal, da hat sich schon einer beworben. Der ist einigermaßen gut bewertet, hat schon ein paar Dinge übernommen. Den nehmen wir doch mit einem Klick. Top. Guck mal, da kommt er schon. Hallo. Servus. Hi. Ich helfe dir beim Umzug. Top. Danke. Hier. Danke für die Hilfe. Ciao. Hallo zusammen. Wir sind TISMO. Eine Plattform zur Vermittlung von Alltagsaufgaben. Sei es Rasen mähen, Fenster putzen, Keller aufräumen. Standen wir nicht alle schon mal vor dem Problem, dass man entweder kurzfristig flexibel Hilfe gebraucht hätte oder Aufgaben einfach nicht machen möchte? Mit unserer Plattform wollen wir auf die Megatrends Individualisierung und New Work aufsetzen und mit Digitalisierung eben eine smarte Plattform zur Verfügung stellen, um schnell und einfach Alltagsaufgaben abzugeben. Dafür gehen wir eben auf Menschen zu wie Rentner, Studenten, Alleinerziehende, die den Wunsch haben, flexible Arbeitszeiten zu nutzen und bringen die mit Menschen zusammen, die flexibel schnell Hilfe brauchen oder Aufgaben nicht erledigen wollen. TISMO ist eine smartere Lösung wie beispielsweise Students-to-go aus Stuttgart, die aufgrund von einem manuellen Matching-Prozess und einer langen Vorlaufzeit eben nicht so smart unterwegs sind. Unsere App ist fertig entwickelt und wir warten eigentlich nur noch auf die Umsatzsteuer-ID, um die App eben freizugeben. Unser Geschäftsmodell dahinter basiert auf einer Erhebung von 10% Plattformgebühr bei der erfolgreichen Vermittlung eben 10% von dem tatsächlichen Betrag der Aufgabe. Wir sind aktiv auf der Suche nach Investoren, möglichen Partnerschaften und natürlich so vielen Nutzern wie möglich und gehen auch aktiv gezielt im ersten Schritt auf Reutlingen und Tübingen, fokussieren wir uns und wir gehen gezielt auf Ämter zu, sodass wir den Prozess der Gewerbeeinmeldung in Zukunft auch passend zur Digitalisierung gestalten können. Deswegen kann wir abschließend nur sagen, werden es auch Sie TISMO Nauten und TISMO Time is Money. Danke. Danke. Vielen Dank.